Und damit hallo und herzlich willkommen zu TTT mit Sebastian, Tobi, Janett, Lübär. Konnt ich leider nicht so stehen lassen. Ja, hallo. Ja. Wir putzen uns ja alle, wie die fliegen oder was. Ist noch jemand tot oder was? Ich habe Chris nur getötet, weil er meine Waffe geflaut hat. Zu Recht möchte ich ganz mal eben sagen. Also, dass ich ihn getötet habe. Schön. Das ist toll. Das freut mich für dich. Tut's nicht. Das nervt dich. Nein. Also, neu in der Kuppe ist jetzt Janett. Irgendwer ist gestorben. Ich weiß noch nicht wer. Ich habe es nur gehört. Oh, lol. Ich habe jetzt meine Rolle gecheckt. Sepp ist Traitor. Sepp ist belastend. Wenn ich alle Angst und kille. Und wenn Tobi Chris killt, das ist noch belastender. Ja, das ist richtig dumm. Ja, gut. Das ist aber zu Recht. Na, da liegt Chris. Schön. Ich sage mal so, ich habe mich verlaufen. Aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Äh, ja. Ich glaube, jeder. Das ist aber hier relativ schnell der Fall. Ich komme gleich um die Ecke und stehe in irgendwem drinnen und kapiere nicht, dass ich schießen muss. Ja, das ist Jan. Den habe ich ganz zu Anfang gleich weggemacht. Und du? Geschichtsstund mit Bär. Ja. Sag mal. Alter. Sieht ja irgendwie alles so gleich aus. Ja. Erschreckenderweise. Sag mal. Alter. Alter, ich sollte vielleicht einfach mal ein Radar kaufen. Bringt nicht so viel. Kann ich dir sagen. Sieht wahrscheinlich alles gleich aus. Er ist unten. Er fettst die verschiedenen Räume. Er ist unten. Es gibt oben oder was? Bleck mich. Er läuft an dir vorbei und... Joa. Hm. Vielleicht mal ein Radar kaufen. Chris, du hast mal eine Waffe geklaut. Wir sind ein Team. Hä? Wer schießt denn? Du hast mal eine Waffe geklaut. Also ich muss auch sagen, mit Rundern, ich habe... Ich habe so nach einer Minute so ungefähr... ...habe ich so den Shop geöffnet, habe geshoppt... ...so und dann hat es nochmal 20 Sekunden gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich Trader bin. Stark, Sepp. Stark. Ist das... Ist das Big Brain Time mit Sepp? Ja. Aber ich kann die Folge nicht schon wieder so nennen. Naja, sonst heißt die Big Brain Time mit Tobi. Oh, that is time for Big Brain Time. Ich habe keine Waffe. Tja. Werden. Ich auch noch nicht. Ah. Ich habe immer eine... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will nur die Muni. Hallo Chris. Keine Sorge, ich habe nur eine Hand frei. Ich habe nur eine Hand frei. Hier ist gerade jemand umgekippt. Hey Tobi, wieso hast du halt das? Ne, okay. Ich frage halt nicht nach, weil ich weiß es. Ich habe nur eine Hand frei. Wenn der Minus Karma hat. Ach, was machst du mit der anderen Hand? Dotz, feiert! Ah, ich habe nur Waffe. Feiert, Alter. Also. Ja. Das wird rumgeballert. Mhm. Wie immer. Weil ich mir habe das Gefühl, Jan ist es. Ich laufe im Kreis. Na toll. Oh, ja. Uff, hier. Ja, hier ist... Janett ist so still. Ich bin... nicht still. Boah. Ich sehe schon kommen, 90% dieser Folge ist, wir müssen suchen, wo die Leute sind. Tja, das könnte man sich durchaus zutragen. Jan, wir machen es so. Du bleibst unten, ich bin oben. Äh, ich bin oben. Okay, dann gehe ich jetzt halt runter. Okay. Das gibst du nicht! Was? Okay, ich sehe mit dem, sie war unten. Das war das Traurigste, was ich jemals gesehen habe. Jan, wir hatten ja alle nicht mehr Leben. Also das war No-Am gegen No-Am. Nee, bei mir hat ein Shit-Felstchen geöffnet. Gut, Alter. Jan ist ein Rückenschießer, ich mag ihn nicht. Das tut mir leid. Jan ist ein Arsch, wie er die drei Leute wegmacht. Aber das war praktisch ein Sonderangebot. Jan ist ein noch größerer Arsch als Chris. Was soll ich noch sagen? Äh, Chris? Was? Was? Das wiederholste. Wiederholste. Ich werde angerufen. Alter! Ich werde angerufen. Oh nein. Ja, wir fahren aber nicht miteinander. Okay, dann immerhin. Ich werde von irgendwem angerufen, aber ich gehe jetzt nicht ran. Ich kenne die Nummer nicht. Ich habe ne neue Nummer, ne neue Nummer. Innozent. Hallo Chris. Bei Chris. Wo? Ist ja auch geil, Chris ruft dich mitten in der Aufnahme an. Das wäre echt lustig mal neben mir. Jan hat gekauft. Alter! Warte, warte, warte! Okay. Alter, was ist hier los? Sorry, Chris. Sorry. Jan. Da ist Jan. Äh? Sepp hier ist Zoe. Ja, ja. Warum gehe ich nach unten? Ich will gar nicht nach unten. Chris is proven. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Voll. Was ist mit Sepp? Das passiert hier ganz schnell. Ja, ich glaube nur hinter dir. Ich hoffe, ich habe mir das erstmal Granat. Oh! Sepp hat Granate! Was? Oder nicht? Kann sein. Keine Ahnung. Aber nur möglicherweise. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich glaube, ich bin jetzt in der Gasse. Was Neues. Hier ist ne Ecke, ist hier ne Leiter. Wer ist da? Wer ist da? Wer war's nicht? Ja. Ach komm schon Jan! Jetzt würde ich, jetzt würde ich Sepp gehen. Ich auch. Ich komme leider nicht hoch jetzt. Ich habe ihn. Danke! Danke! Ich habe die Waffe aufgesammelt. Ich habe nichts gemacht. Alter! Das war mir sowas. War scheißegal. So verdächtig, wie du da rumstehst. Na? Was macht er jetzt als nächstes? Was macht er jetzt als nächstes? Ich stand nicht mal rum. Ich bin gelaufen. Ja! Aber du hast mich die ganze Zeit so angeguckt. Was macht er als nächstes? Dreht er sich vielleicht um? So. Weg. Dreht er sich vielleicht um? Dann wäre ich von dir weggelaufen. Du blöder Lügner. Nee, 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 nee. Er kommt um die Ecke und ballert mich ab. Ja. Tobi, ich möchte nichts sagen, aber minus 4 Karma ist nicht gut. Äh, minus 4... Minus 4 Karma? Das wäre schon lange weg. Minus 4 Punkte. Minus 4 Punkte. Wo habe ich minus 4 Punkte? Ich sollte Belohnung dafür bekommen, dass ich Chris getötet habe. Nein, Chris. Hi, Bär. Ah! Bär. Wow, nicht letzter. Ich bin begeistert. Wandeljant. Schon nett. Kann es sein, dass Waffen hier Mangelware sind? Munition ist eher Mangelware. Munition finde ich maßenhaft. Ich finde nur keine Waffe. Jetzt kommt die Leiter nicht hoch jetzt. Ich mag die Leiter nicht in dem Spiel. Hallo, Tobi? Jan? Ja. Du verstehst Jan hinter mir. Da hast du schon verloren, ne? Ich habe ihn nicht in den Rücken geschossen, hallo? Ich gebe dir mal 50% auf Bär. Wieso? Ja, Tobi? Jan? Jan? Ja. Gib mal wieder runter. Oh. Ich habe mich verlaufen. Jan! Chris! Was ist Jan? Was? Was sagst du? Sepp? Jan? Sepp? Tobi? Hä? Geh weg. Warte mal, warte mal. Irgendeiner ist doch gerade abgeballert worden. Ich bin runtergefallen. Oh fuck. Okay. Es ist Chris. Ohne Witz. Ich bin runtergefallen. Bär. Es ist mir jetzt ein Weiner-Tot. Was feiert der denn auf mich? Was ist jetzt los? Also der war übrigens oben. Nein. Also cool. Oh jetzt bin ich runtergefallen. Siehste Bär und Chris. Ich habe beide gecault. Ich habe noch 7 HP. Ne 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 ne. Alter wie konnte das kein Headshot sein? Ich dachte ich putze dich weg. Ja Bär. Mach dir nichts draus. Du weißt doch das Spiel. Vor allem wie Tobi auf einmal ist er einfach so schreit. Jan 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 Chris. Ja weil ich dich zuletzt gesehen hatte. Jetzt habe ich mich angerufen. Jan Jan. Da habe ich im letzten Moment noch gesehen, dass Chris es war. Ich bin überhaupt nicht in der Nähe und denk mir nur so. Chris hat endlich angerufen. Ich habe nicht angerufen. Ich wusste nicht mal wo mein Handy in die Tür ich ehrlich bin. Ok. Ich wurde gerade angerufen. Aber ich weiß nicht von ihm. Ich kenne die Nummer nicht. Also. Gib mir mal die Nummer. Ich ruf zurück. Hey wenn es wichtig war soll die Person nochmal anrufen. Vielleicht bist du wieder innocent. Alla. Was ist los hier? Oh Mann. Sepp Sepp Sepp. Moni. Moni. Wo ist der Moni Raum? Ich habe mich verlaufen. Es gibt kein Moni Raum. Ich habe mich auch verlaufen. Wo ist der Moni Raum? Äh den hat kein Moni Raum. Also Diegel Amok gibt es ja schon mal nie. Chris ist es. Ok Chris ist es scheinbar. Ja Chris hat einen Bumerang fallen lassen. Ich habe einen Bumerang. Wow. Ok. Er hat sich auch noch von dir töten lassen. Das ist ja schon schwach von ihm. Jan. Ja was. Alter. Wo? Wo? Stirb doch! Danke. Äh. Mensch. Ah der kommt wieder! Oh shit! Okay. Verteidig! What the fuck. Bea. Glückwunsch zu 24 Stunden Garrys Mod. Wie viel davon hast du mit uns gespielt? Alles. Was? Ach Manno! Ach die Diegel. Oh man. Oh man. Ich bin wieder positiv. Ne das Tobi das ist zur Zeit nicht gut. Ja stimmt. Negativ ist das neue positiv. Wenn du positiv bist dann glanz bei mir am Tisch. Ne du hast doch nur bayerische Fälle oder? Nur Straubinger. Nur Straubinger. In diesen Situationen heißt es immer im medizinischen negativ ist positiv und positiv ist negativ. Ich sag immer bleiben sie negativ außer beim Covid Test. Danke für die Darstellung. Passt. Du bist doch gerade schlecht. Ja ich bin schnell winz. Sepp. Irgendwer. Ich konnte den Namen so schnell nicht lesen. Was? Also Hauptsache. Hauptsache Sepp. Hauptsache Sepp. Ne erst hab ich Sepp gesehen. Dann hab ich aber irgendwie gesehen wo ich den Namen nicht lesen konnte. Das nennt mich immer wieder daran wie. Ich glaub Tobi warst du das nicht auch? Du Sepp. Seranus. Ne das war ich nicht. Ich weiß nicht wer das war. Wer war das? Du Sepp? Du Sepp ja. Aber wer war das? Ich kann mich nur erinnern an. Mike? Ist das Mike? Ja Spike. Ja Spike. Wer hat mich auf diese einen Pokemon Map immer ins Wasser geworfen? Ich. 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 Alter was ist das hier für ein Alter der Nebel macht Schaden. Welcher Nebel? Welcher Nebel? Da ist hier grüner Nebel hier oben. What the fuck. Ich seh keinen Nebel. Hier oben ist grüner Nebel. Hier bei mir. Ich glaub Bär lügt. Hier ist grüner Nebel alter. Ich seh den auch. Ich glaub ganz ehrlich Bär denkt sich sowas nicht aus. So spontan ist er nicht. Ne ich hab's auch gesehen. Ich kann das proven. Jan. Jan. Janett. Jan. Janett. Jetzt wird's schwierig. Ja. Janett. Da fängt Jan an. Janette. Ja du Nette. Nicht zu vergessen die D mit U. Was? Achso. Da ist ne Neid geflogen. Da ist der grüne Nebel auch. Ja ich hab nen grünen Nebel auch gefunden. Ich bin irgendwie glaub ich gegründet. Ja. Ah hi Shane. Hallo. Hi Shane. Ah. Ähm. Der ist Gott. Sepp. Der. Sepp. Ah. Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Es. Witz. Philipp. Es hilft noch. Ah. Ah. Pfff. Ah. Es fällt diesen Kick an. Ach so, herrlich. Alter. Du Duell. Alter. Chris, bist du runtergefallen? Ich dachte mir so, Traptor, was ist das? Hören wir heute alle selbst einfach. Ich meine, dass ich da drei Enos weggemacht habe. Warum steht die einfach aufeinander? Es gibt hier einen Traitor-Raum. Ja, Sepp und Janett und auf einmal haben beide nicht mehr geredet. Und da habe ich mir gedacht, dann machst du mal Sepp weg. Ja, das war lustig anzuschauen, wie da eine fällt um von dem Hintergrund. Der nächste fällt um von dem Hintergrund. Der nächste fällt um von dem Hintergrund und dann kommt Janett. Das war eher dumm. Das war belastend. Das war sehr belastend. Also, Bär, ich möchte nichts sagen, aber dein Karma ist echt geil. Alter, ich bin schon wieder innocent, ey. Gott sei Dank bin ich jetzt auch mal innocent. Ja, mein Karma ist beschissen. Das würde ich Karma nennen. Ich habe keine Waffe. Ich habe jetzt immer noch dieser grüne Nebel. Ich habe jetzt einen Revolver. Erstmal zwei Schüsse daneben setzen. Was ist das ein Ständnis von Sepp? Ja. Alles klar. Kill me if you like. Kill me if you find me. Alter, ich habe keine Waffe. Kill, kill, kill me if you find me. Der neue Film von und mit Sepp. Habe ich jetzt einfach mal gemacht an der Stelle. Einsatz? Ja. Das ist... Hahaha. So einfach kurz schmerzlos hier. Was? Sepp war ein Verräter? Nein. Von allen hätte ich es geglaubt. Nur von ihm. Steck den jetzt in der Ecke. In der dunklen Ecke. Steck den in der dunklen Ecke. Aktiviert das helle Mal, äh. Hi Bär. Ich glaube, ich soll jetzt einfach hier in der Ecke sitzen, oder? Ciao, Jan. What the fuck? Ich hab mich doch mal gehört und ich hab gebounced worden. Er lebt jetzt eigentlich noch. Fuck. Jan, lebst du noch? Ja, der lebt, glaube ich, nicht mehr. Dann lebst du noch und du bist Traitor. Jan, dann find mich mal. Das ist richtig. Ich bin bei Sepp. Ich bin bei Janett. Ach, hier ist noch einer. Hier ist auch noch Chris. Ah. Ja, ich habe alle nicht getötet, aber ich weiß ungefähr wo. Das sein so müsste. Du, 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 du. Oh. Ja. Ja. Nein. Nein. Das ist zufällig war. Gut. Das ist belastend. Ja, das war es ein bisschen belastend. Ich fand es jetzt ganz so geil. Sepp steht vor mir. Wir haben beide drüber nachgedacht, was wir jetzt tun. Ich fand es auch so geil, wie der Dialog einfach weitergeht. Hi, Bär. Bayern. Ja, Bayern. Das ist für Bayern. Das ist für einen Bundesstaat. Bundesland, nicht Bundesstaat. Wir sind nicht in Amerika. Verdammt. Was? Da. Das geht schon. Das geht schon klar. Eine Beretta. Ich schmeiß mal einfach random grenade. Ja, ich mach das. Ich hab Hobbies. Das ist nicht geil. Ich wurde von jemanden angerufen, der komisch ist. Aua. Ich wurde von jemanden angerufen, der komisch ist. Hast du es denn zurückgerufen oder was? Nö, der hat gerade nochmal angerufen. Hast du es dann abgenommen oder was? Ja. Ich hab gesagt, wenn es wichtig ist, ruft er nochmal an. Er hat nochmal angerufen, dann ist mich dran gegangen. Mhm. Bär. Und das war auch ein kleines Kind, das wahrscheinlich am Verarschen ist. Da ist... Warte, ich hab... Warte, warte, warte. Ich hab Bär. Ja, ich war es nicht. Ich hab Bär, der hat nämlich hier gerade vor meiner Nase Terranus angelegt. Das ist jetzt ungünstig für Bär. Und noch jemand, Sepp. Ja, und Tobi kann nicht 1 in 1 zusammen zählen. Marcel darf es 1 in 1. Ah ne, scheiße, Janett spielt ja noch mit. Scheiße. Janett, ich schau oben. Gehst du mal drauf? Gehst du mal drauf? Wo seid ihr denn? So, hab ich jetzt noch jemanden vergessen? Nö, nö, nö. Du bist fertig. Bastian. Na komm, Chris, wo bist du? Hier. Moment, ist das ein 1 gegen 1, oder? Ja. Oh, scheiße. Mexican Stand-Off. Jeder 12 Schritte zurück und ich erschieße dich vorher. Wollen wir rausgehen? Du bringst deine Freunde mit und ich komme auch allein. Wer war jetzt das? Ah ja. Schön, dass du sie wiederbelebt hast. Blöd, dass ich sie getroffen habe. Ja. Jetzt ist ein 1 gegen 1. Ja. Mensch, Janett. Da hab ich dich schon vergessen, hast mich trotzdem enttäuscht. Okay, das war sehr gemein. Dann wollen wir uns auf eine Ebene einigen. Ähm, okay. Oben. Okay, ich bin unten. Gut. Toll. Und du? Ich hasse es. Ich treffe dann wieder nichts. Das ist Timing. Oh, mein Gott. Moment. Ich treffe hier irgendwas, was 20 Schaden kriegt. Ah! Ich belebe mich noch. Warum? Frag ich mich auch, ehrlich. 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 Das war so. Das war so. Aber es war nice. Das war belastend. Alter. Das war einfach nur Timing. Eine belastende Belastung. Ja. Scheiße, Honig. Wer hat ihn gewonnen? Du. Du. Oh. Nee. Doch. Und ich bin Zweiter. Ja, ja. Okay, selbst hat ihn gewonnen. Wird schon wieder angerufen. Ja, dann geh doch mal ran. Nachher ist das Mama. Ich bin eben rangegangen. So, hier ist mein Number. So, komm. Bär, du musst abmoderieren. Nee, du hast abmoderiert. Nee, ich hab dich abmoderiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Das war aber sehr gebrüllt. Ciao. Bye, bye. Bye.